Hallo, ich bin Galina. Heute möchte ich Ihnen zeigen, wie man Gänsebrust zubereitet. Für die Zubereitung einer Gänsebrust im Backoffen benötigen Sie ca. 1 kg Gänsebrust, eine Orange, eine Zwiebel, ein Esslöffel Honig, Salz, Pfeffer und eventuell etwas Wasser. Nun waschen Sie die Gänsebrust mit Wasser ab. Nachdem Sie die Gänsebrust wieder getrocknet haben, können Sie diese mit Salz und Pfeffer würzen. Legen Sie anschließend die Gänsebrust in einen Bretter oder in eine Auflaufform, so dass die Hautseite nach unten gerichtet ist. Schütteln Sie nun etwas Wasser in den Bretter bzw. in die Auflaufform, bis die Gänsebrust etwa 2 cm im Wasser liegt. Stellen Sie danach den Bretter für eine halbe Stunde bei einer Temperatur von 180 Grad in den Ofen. Wenden Sie anschließend die Gänsebrust und legen Sie dann die Orangenscheiben und Zwiebelscheiben um und auf die Gänsebrust. Schieben Sie die Gänsebrust nun für eine weitere Stunde in den Backofen und übergießen Sie dabei die Gänsebrust z.B. mit etwas Wasser. Nach der Stunde können Sie die Gänsebrust dann mit dem Honig bepinseln und dann die Gänsebrust nochmals 30 Minuten backen, damit sie knusprig wird. Nun können Sie auch eine außergewöhnliche Beilage für die Gänsebrust zubereiten. Diese Beilage nennt man Chilibirnen. Dazu benötigen Sie 4 Birnen, 2 Esslöffel Limitenöl, 1 Esslöffel Chiliöl, 2 Esslöffel brauner Zucker und halber Teelöffel Zitronensaft. Dazu müssen Sie zuerst die Birnen schälen und anschließend vierteln. Betreffen Sie danach die Birnen mit dem Zitronensaft und tupfen Sie dann wieder ab. Bereiten Sie nun aus dem Chiliöl, dem Limettenöl, dem braunen Zucker eine Marinade zu. Bepinseln Sie die Birnen nun mit der selbstgemachten Marinade. Zum Schluss brauchen Sie die Birnenspalten nur noch in der Pfanne goldbraun anbraten. Nun können Sie Chilibirnen mit Gänsebrust servieren. Bon Appetit!